Willst du betrügen, verzeihen? Ganz ehrlich, ja. Wenn er nach zwei Jahren mal Bock auf eine Blonde hat, dann soll er machen. Ich will die Leute nicht, die wegen sowas jahrelange Beziehungen aufgeben. Jedem das Seine, aber bei sowas frage ich mich halt immer, wieso geht man überhaupt eine Beziehung ein, wenn man sowieso alles macht. Frauen sind einfach nicht dafür gemacht, fremd zu gehen, wenn auch schon. Wenn der Mann, sag ich mal, finanziell gut aufgestellt ist und wirklich ein guter Mann ist, dann darf er. Wenn das ein Loser ist, dann hat er eigentlich sowieso gar nichts zu sagen. Okay, als würden Frauen überhaupt nicht fremd gehen, was ja so nicht stimmt, denn Männer und Frauen nehmen sich da nichts. Und ja, wenn ihr kein Geld habt, seid ihr natürlich Loser. Freunde, wenn sie nur auf Geld schaut, ganz schnell Abstand.